Hätte ich doch endlich mal was grünes anziehen wollen, du kannst nicht. Ja, hier unser Monsieur Marte Blaster hat auch tolle neue Handschuhe bekommen, oder? Ja. Sind die grün? Nein, die sind weiß. Ey, Wukong hat ja auch rot an, Mist. Das ist doch eigentlich gar nicht richtig, der hatte ja gelbe Robe und einen roten Gürtel, glaube ich. Egal. Oh, schön, hier gibt es gleich zwei Hasenbrücker. Das ist gut. Oh, nix gegen die Hasen. Hey, Wukong, cool. Hier, mal ein Stab. Dein Stecken und Stab. Ich kann damit aber halt nix. Macht ja nix. Das ist ja egal. Oh, Flint. Also ich kann schon was damit. Wichtig ist, dass es gut aussieht. Oh, Bienen. Hey, Glas. Ja, die sollten erst mal in Ruhe lassen. Warum, ich kann es ja verprügeln. Aua. Was denn? Blöde Biene hat mich angegriffen. Echt jetzt? Jetzt greifen mich alle Biene an. Aha. Ach halt. Zählt das als... Ich glaube, das zählt. Ich glaube, ich kann die nicht angreifen, das sind kleine Tiere. Tut mir leid. Na ja, passt schon. Ich als gläubiger Buddhist... Ja, ja. Hier geht es halt so lang von denen weg, bis die keine Lust mehr haben. Hey, gute Nachrichten, Freunde. Geil, hier ist ein Strohhut und hier liegt Scheiße rum. Hervorragend. Hervorragend. Ja, hier auch. Ich habe hier Beefalows gefunden. Und ich habe eine Schaufel... Nein. Oh, geil. Ähm... Beefalows sind im Sommerböse, oder? Weiß ich gar nicht. Äh... Ich glaube schon, ja. Es hasst mich. Es hasst mich. Es hasst mich. Wo bist du? Wo bist du? Es hat aufgehört, mich zu hassen. Glück gehabt. Also ich war auch direkt neben ihm gestanden. Es war vielleicht ein bisschen dreist. Okay. Äh... Ich habe eine Mistgabel gefunden übrigens. Damit kann man, glaube ich, Felder machen. Nein, du kannst damit... Also vielleicht, aber du kannst damit vor allem auch Boden mitnehmen. Hm. Ah, ja stimmt. Ich habe genug Mist gefunden. So nebenbei erwähnt. Ja, ja. Der hat Boden mitgenommen und hat Stein draus gemacht. Äh... Also ich habe vier Misthaufen dabei. Das wird niemanden interessiert. Ich habe auch Scheißhaufen am Start. Ja. Da können wir dann Feld machen bei Gelegenheit. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Kann ich mir schon... Ich kann mir eine Axt machen und ich kann mir... Naja, den kann ich jetzt nicht machen. Okay. Ich kann das nur sehr gutheißen, dass wir Dinge tun können. Wie... Erfarm bauen. Mhm. Denn ich möchte gerne Gemüse haben. Möchtest du das, ja? Achso, Moment, aber wir brauchen erst noch Gold und eine Wissenschaftsmaschine und Zeug etwa. Ja. Uiuiui. Na da haben wir ja was zu tun hier. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber gut, dass die Nacht wieder nur so kurz ist. Jo. Ich habe übrigens auch elementar viel Strohbein hier inzwischen. Ich habe auch ziemlich viel am Start, ja. Aber ich mache noch Holz. Kannst du gleich mal hier die Dinger bauen. Die fallen für die Hasen. Mhm. Okay, die Dämmerung bricht jetzt gleich herein. Ja. Vielleicht soll ich langsam wieder Richtung Tor aufbrechen, ja? Äh, diese Burrows übrigens... Ich bin ziemlich weit gewandert irgendwie. Diese Burrows sind übrigens keine Hasen, sondern da kommen Maulwürfe raus, by the way. Ah, stimmt. Sorry, da habe ich mich vertan. Ja, kein Stress. Habe ich gerade nur... Das andere heißt wohl logischerweise Rabbit Hole. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt. Das war so naheliegend. Das habe ich irgendwie verpennt. Also wir haben hier echt extrem viel Gras in der Nähe. Jo. Sehr geil. Gras ist gut. Ich habe einen Goldnugget. Hervorragend. Sehr gut. Ich habe nur noch nichts gebaut ehrlich gesagt. Ich war damit beschäftigt Zweige und Gräser zusammen. Alter, hier gibt es... Das ist auch schon mal gut. Hier gibt es jede Menge Burries. So, ich bin wieder am Tor. Okay. Gut, dass die Welt... Dass wir auf dieser Welt sind, nicht wahr? Ja, es ist hervorragend. Wenn ich Glück habe, dann kriege ich auch noch genug Steine für ein richtiges Feuer auch schon zusammen. Halt. Nimm die Burries mit, man. Moment. Ich habe zwei Steine noch bei mir. Perfekt. Ich habe erst... Elf. Und wir brauchen zwölf. Okay. Oh, da ist noch ein großer Stein zum zusammenklopfen. Schön. Das ist alles... Bis jetzt läuft es wie geschmiert eigentlich. Ja, wie am Schnürchen. Wie am... Kommt ihr dann auch zum Tor zurück mal vielleicht? Ist vielleicht. Bin unterwegs, ja. Ja. Ich fühle mich hier zwar recht wohl in meinem Strohanzug und Strohhut. Naja. Aber... Es war dunkel. Alles kein Stress. Äh, wo war... Hast du... hast du Angst im Dunkeln? Ja. So ein bisschen. Okay. Ich eile. Warum hätte ich gerne Feuer, damit ich meine leckeren Karotten braten kann? Ja, stimmt. Und den ich übrigens... Oh, das ist für dich Vegetarier... äh, für dich Fleischflotte ziemlich uninteressant, aber ich habe neun Karotten. Und vier Beeren. Ja. Also ich habe Futter für unseren guten... Ich mach mal einen Standard... Wie zur Hölle hast du eigentlich? Wilhelm. Wilhelm hieß du. Genau. Ja. Bisschen Fuel rein. Wo ist denn jetzt hier unser blöder... Oh Mist, ich hab mich verlaufen. Nein! Da geht's ja gar nicht lang. Rohe Karotten können wir wahrscheinlich wieder pflanzen, oder? Äh... Weiß ich gar nicht. Ich glaub... Ich glaub ja, die kannst du glaub ich in... Hallo? Aber werden das dann mehr? Im Feld vielleicht? Ja, natürlich. Gut, dazu brauchen wir natürlich auch erstmal eine Wissenschaftsmaschineherbe. Mhm. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Äh... Wo sind wir hier eigentlich gestartet? Ach, da oben. Mein Gott, warum ist das auf der Karte nicht größer? Ich kann... Ihr habt die Wahl, ich kann entweder noch zu... Eine Falle bauen, oder... Einer von euch ein... Ein... Gras-Suit spendieren. Ich hab selber einen Helm auf. Ich äh... Gras-Suit kann ich mir wahrscheinlich gleich selber machen. Ja. Was? Zwölf Stroh oder so? Ja. Hab ich ja. Aber schmeißt der Zweige durch die Gegend? Weil ich die nicht mehr aufnehmen konnte. Achso. Cool. Bist du schon voll, oder? Ja. Okay. Da wird da von jedem... Jeden Mist irgendwas eingepackt. Hm. Und ich hab ne Karotte. Ich kann auch noch jemanden haben. Es ist so dunkel hier. Ja, ich hab äh... Kein Holz mehr zum Nachschüren. Ja, ja. Alles muss wieder Mutti machen, ne? Ich hab... Na, normale Axt. Ich brauch mir jetzt mal eine Axt. Hier, Karotte. Wenn jemand haben will. Frag ich nicht nein. Achso, willst du? Gut. Nö, nimmst du, nimmst du, nimmst du. Ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch. Pass schon, pass schon. Nimmst du dir ruhig. Du bist der... Karottenmann hier. So, wo können wir jetzt die schöne Farm bauen eigentlich? Was brauchen wir dazu eigentlich? Äh, die Farm ist bei Food das oberste. Wir brauchen... Also ich bräuchte noch 3 Gras. Und 4 Holz. Ich bräuchte... 4 Holz. Dann könnte ich auch. Also... 4 Holz kann ich. So, Gras. Holz hab ich leider keins. Müssen wir auch warten bis... Karotke Holz. Ja. Warten wir kurz bis Tages und dann können wir uns ja eins holen. Jetzt... Zum Beispiel Jens. Das ist in Ordnung. Das hier. Ja. Hier sind dann die Maulwürfe übrigens, by the way. Na. Aufnehmen bitte. Danke. Wollen wir gleich 2 Farmen bauen? So viel wie geht, oder? Na immer. Oh, Frosch, Frosch, Frosch. Dich jag ich. Frösche, Frösche sind... Kann man gut jagen, ja. Die sind zwar auch grässlich, weil sie einen immer attackieren, aber... Das ist mir wurscht. Also ich kann, glaube ich, keine Karotten pflanzen. Okay. Aber ich kann Samen pflanzen. Vielleicht werden da ja Karotten draus, wer weiß. Mhm. Pro farm einmal... Pflanzen pflanzen. Hört sich seltsam, aber ich weiß, aber... Pro farm einmal pflanzen pflanzen. Wow. Oh, mit Gewitter gleich. Eieiei. Zum Glück bin ich jetzt nicht mehr WX. Ich bin mir sicher, der Blitz hätte mich getroffen. Ja. Ja, könnte sein. Äh, warte mal. Science Machine... Jetzt hat... Food. Ah, jetzt fehlt mir Gras. Verdammt. Ich hab noch 3. Naja, passt. Ich hol mir. Awww. Oh Mann, warum sind die alle Collabs, die blöden Rabbit-Holes? Das ist doch blöd. Mhm. Unser Feuer ist ausgegangen. Ja, das... Ja, ich baue gleich ein anständiges hin. Ich hab Asche. Asche ist... Die ich auf mein Haupt legen kann. Oh nein, mir fehlt Holz. Verflixt. Geil. Ich hab mich grade... Bei dem Baum bedankt mit... Thank you for protecting me from the Elements tree. Während ich auf ihn eingeschlagen hab. Okay. So, jetzt machen wir mal... Foodie. Machen wir mal ein Prototyp Feld. Ich baue das Feld. Müssen wir eigentlich auch unseren... unser Crop... beschützen? Hast du Samen, oder? Äh... Samen hab ich ja. Ja, ne, ich hab noch. Ich hab auch noch einmal. Ich kann nur... Man kann nur eins pflanzen pro Feld, ne? Genau, ja. Jo, richtig. Okay. Vielleicht... Hätte ich mir einfach... Du brauchst was in Blumen gepfückt. Ähm... Was wollte ich gerade sagen? Vielleicht hätte ich mir auch einfach eine Spitzhacke bauen sollen. Mhm. Nachdem ich jetzt keinen Stein mehr hab. Aber irgendwo hier findet sich... Bienen! Bienenstock! Ja. Bleib da mal fernfahren. Hahaha. Ach, soll ich die jetzt platt machen, oder wat? Im Zweifel... Im Zweifel zählen Bienen bestimmt zu kleinen Tieren und ich darfste nicht schlagen. Hahaha. Ich bekomm langsam wieder Hunger. Ich hol jetzt mal noch den Flint. Ah, da ist noch ein Flint. Den nehm ich auch gleich mit. Hey, hier ist ein Wurmloch. Mhm. Sehr gut. Ich werde nicht reinspringen, aber... Es ist hier. Ja, hey, hier ist ein Wilhelm. Mhm. Ein ziemlich abgemagerter. Jep. Ich hab auch ziemlich Hunger. Deswegen, ich sammle jetzt mal alles... alles noch an Futter ein, was ich hier finde. Na? Aha, na. Ähm... Honig könnt ihr doch auch essen, oder? Bestimmt. Oh, Stammert schon wieder. Hab nämlich zwei Honig von den Bienen gejagt. Geil. Dass ich Bienen gejagt hab. Sollte vielleicht einfach mal rausfinden gehen, ob ich Bienenschlagen davon hat. Mhm. Kannste einfach mal probieren. Kannste ja Notfall weglaufen. Ja, aber... weil ich immer noch nur einen Stein bei dabei hab. Waffen kann... Egal. So. Dann nehm ich doch mal meinen unkaputtbaren magischen Stab und schau, ob ich Bienenschlagen darf. Mhm. Oh, cool. Ich kann die zusammenhauen. Sehr witzig. Was kriegst du? Bienen? Nee, die Maulwürfe, wenn sie mal wieder rauskommen. Ah, okay. Ich seh keine Bienen mehr. Hast du alle Bienen umgebracht? Nee. Ich hab bestimmt noch einen leben lassen. Hey, ist ne Falle. Hat die einer von euch aufgestellt? Jo. Nee, wir haben einen Maulwürfebau. Ist das ein Maulwürfebau? Ja. Ja, dann. Fähigkeit. Stimmt. Hey, ist ein Skelett. Ja, an dem... Wenn das unten ist, dann hab ich an dem vollen die Scheiße gefunden. Wahrscheinlich hat er sich, bevor er gestorben ist, noch in die Hosen gemacht oder so. Bist du mich beschissen, ja? Ja. Ah ja, ich könnte mal noch ein bisschen mehr holen gehen und dann... Da oben links sind nämlich bieferlos. Okay. Das ist gut, weil die Kacke brauchen wir. Dann können wir noch ein paar mehr Felder machen. Ja, richtig. Ich weiß. Und vor allem sollten wir... Wir können dann theoretisch sogar sparen, um uns verbesserte Erfahrungen zu bauen. Wollte ich gerade sagen, ja. So, jetzt wird's gleich Nacht. Das heißt, ich komm mal zurück. Hey! Ich baue mir einen Rucksack. So, jetzt gibt's erstmal Honig. Ja, könnt ihr haben. Yeah. Ich eile. Aha! Aber ein Rucksack. Sehr gut. Das heißt, ich kann noch mehr Scheiße tragen. Oder so. Ganz kurz, äh, da hoch, ja. Also wie gesagt, hier Honig für Hungrige. Ich kann damit eh nix anfangen. Oh, und mit den Beeren auch nicht. Warum ich auch immer die eingesammelt hatte. Ich hab noch genug Karotten. Ich koche mal ein paar Beeren. Nein, ich koch sie, ich ess sie nicht direkt. Dämlicher Affe. Hast du noch Zeit zum Holz hacken? Nee, verflixt. Ich verschwinde! Was, warum? Brauchst du Holz? Auch immer Holz. Ich würde ein paar Bretter machen, dass wir eine Kiste hier endlich mal hinstellen können für irgendwelche... Da liegt Holz neunmal. Bei mir liegt viermal. Gut, dann kann ich mindestens, wenn ich noch mehr Bretter draus mache. So dachte ich mir das, ja. Mir geht's überraschend gut, hey. Mir auch. Ein bisschen Hunger habe ich, aber ansonsten... Ich bin absolut satt, ich bin absolut gesund und auch fast nicht irre. Gut, ich habe auch schon zwei Blümchen gepflückt. So, ich koche jetzt mal ein bisschen Samen. Nicht Eden gucken, Alter. Du solltest auf die Seite gehen. Also du solltest links vorm Feuer stehen, wenn du kochen möchtest. Das ist einfacher. Ja, ja, ich... Ich dreh ins Grün. Auf dass du nicht im Weg steppst. Ja. Wie war da eigentlich die... die... Tasten-Kombination? Ach, QE. QE, ja. Schau mal einer an. Nachdem ich eigentlich fast alles über... Maus mache. Ja. Ach so, haha. Ich habe nur die Wahl, entweder Rüstung oder Rucksack. Das ist ja dämlich. Okay. Ach egal, trage ich halt die Rüstung bei mir, dass ich sie brauche. Ja. So wie auch meinen unkaputtbaren Stab. So, möchte irgendjemand mitkommen zu den... zu den Büffeln? Ja. Also am besten unser Jäger, wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Ich rüste auch mal kurz... Oh, hier ist ein suspicious Dirtpile im Moment. Ach, geil. Oh, cool. Eine Kiste. Egal. Oh, da wäre jetzt hier ein Ruppethole. Moment. So. Und weiter. Ich habe einen Frosch gefunden. Oh, 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 oh. Da. Meins. Zählt bestimmt als kleines Tier. Was ist toll, ich kann das für alles verwenden als Ausrede. Zählt bestimmt als kleines Tier, darf ich nicht. Glaubt mir Sachen aus dem Inventar, die Sau. Ist er tot? Ja. Oh, you've lost the track. Super schade. Macht aber nichts. Hier oben sind Beeferlows und die zählen sicher nicht als kleine Tiere. Hm. Ah, ich habe gerade gedreht. Ah, Flint! Kann mir endlich eine Spitzhacke bauen. Yay. Schlechte Nachricht ist übrigens, ich kann den Rucksack nicht einmal in mein Inventar setzen. Hier, Beeferlows. Oh, scheiße. Beeferlows. Beeferlows mag mich schon mal nicht. Oh, oh. Beeferlows, der hasst uns. Find ich nicht gut. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir Beeferlows doch noch nicht jagen. Ja. Einfach nur die Kacke einkaufen gehen, einsammeln und dann war's das. Ja, ich fürchte auch. Beeferlows sind uns überlegen. Ich habe mal angefangen, so einen Heuwald zu bauen. Um die Base... Hey! Geil! Die Beeferlows Dampede hat uns ein paar Schmetterlinge umgebracht. Cool. Hey, da ist ein junges Beeferlows! Ein Baby Beeferlows! Das ist putzig. Ich habe hier ein suspicious Dirtpile. Falls du meine Spur wieder findest, ich bin bei den Beeferlows eigentlich immer noch. Ich auch, aber ich bin links unten bei den Beeferlows und renne gerade mitten durch die Herde. Ich bin rechts unten bei den Beeferlows. Okay. Also du wirst wahrscheinlich wieder in meine Richtung kommen, hm? Ja. Aua. Lass mich. Lass du mich auch! Ey, sogar der Kleine rennt mir hinterher. Ist doch furchtbar. Aber der ist putzig dabei. Ich habe ein Pickhaus gefunden. Weißt du? Ein Pickhaus. Vielleicht bin ich im falschen rechts unten. Wirklich. Oh. Warum ziehen wir uns eigentlich nicht? Achso, weil wir das Global GPS Mod nicht aktiviert haben wahrscheinlich, hm? Hm, wahrscheinlich. Hm. Wäre vielleicht hilfreich gewesen, aber hey. Na ja, egal. Man kann nicht alles haben. Richtig. Bin immerhin auf. Und ich bin schneller als ihr. Macht nix. Also ist kein Witz, ich bin schneller als ihr. Ist okay. 20% oder so. Kann ich mitleben. Hey, Wille! Hey, hey. Aua. Achso, ich könnte natürlich auch mal nach dem Suspicious Dirt-Ding anschauen. Ich kann mich jetzt ganz in die hauen und ich brauche jetzt erstmal wieder einen neuen Hut. Ja, jetzt ist meine Axt kaputt. Na geil. Kann ich mir grad spontan eine machen? Nein. Weil mir fehlt ein Zeppling. Hier ist alles an Zepplings schon abgegrast. Na das ist... Unbelievable. Dann nehmen wir halt mal ein bisschen... Leicht mir jetzt. Ach super. Es wird schon wieder dunkel. Das ist uncool. Ja. Dunkelheit ist immer uncool. Da habe ich nämlich Angst. Hey, wer hat hier eine scheiß Wand hingebaut? Ich. Da bin ich grad voll dagegen laufen. Augen auf. Beim Eierkauf. Ja, ich such nach Suspicious Dirt-Mounts und so. Mhm. Wo kommt man da irgendwann mal hin, wenn man die hat? Zu einem Tier wahrscheinlich. Ob wir das schon wollen? Das ist eine gute Frage. Ich geh mal wieder zurück. Hey, Biene! Oh, die ist weg. Ach, Bienen schlafen nachts. Mhm. Oh, das ist ja praktisch. Vermutlich. Zumindest. Oh, ich kann keine... Ich kann nichts mehr mit mir tragen. Das ist schlecht. Möchtest du einen Rucksack haben? Ich möchte ihn nämlich eigentlich nicht haben. Nee, passt schon. Ich hab mal diesen Dirt-Pile da weggeschmissen. Äh, Grass-Turf. Für was auch immer der gut sein soll. Kannst ihn verschüren. Ja und dann? Oh oh. Warum sagt er mir jetzt gerade der Trail Ends hier? Weiß nicht. Achso, weil ich es dann verfolgt habe wahrscheinlich. Ah, okay. Ich habe hier gerade mal wieder einen Haufen Berries gefunden. Das ist gut. Achso, ich könnte ja eigentlich mal hier... Food! Ah, mir fehlt Holz. Hm. Oh! Hm, gar noch mal was kann ich... Scheiße. Okay, dann... Ähm... Gut, ich meine, ich stehe direkt neben dem Baum und sage mir fehlt Holz. Das ist natürlich auch ziemlich klug, ne? Hm, 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 hm. Schauerle. Kann ich die nicht mitnehmen? Scheiße, das funktioniert nicht. Okay, weg. Das ist gut sein. Ich muss mal nach Hause kommen hier. Ähm... Oh, ja. Dieser Weg wird ein weiter sein. Und steinig und schwer ist er übrigens auch. Mhm. Aber ich glaube, ich bin gleich da. Ja, jetzt nach unten. Ähm... Ähm... Ja? Hat irgendjemand noch mehr Scheiße dabei? Äh... Ich habe 8 dabei. Äh... Ich habe keine Scheiße mehr, nein. Sehr schön, sehr schön. Damit kann man nämlich eine fortgeschrittene Farben bauen. Sehr gut. Und ich habe auch noch 2 Samen. Ähm... zusammengebrochen. Naja. Warum liegen hier eigentlich Blütenblätter? Neben... ...der tollen Kiste, die wir haben? Ganz einfach, weil ich die da hingelegt hatte. Und wenn ich daran gedacht habe, dass man die da mal reinlegen könnte. So, ähm... Oh cool. Unser Crop sieht schon echt gut aus. Äh... Also fast. Immer noch am wachsen steht hier. So, hier... Feuer habe ich mal ein bisschen was rein. Könnt ihr wahrscheinlich... Ich habe auch kein Stroh. Könnten also nicht genug Stroh. Und ich habe immer noch nicht genug Holz gehackt. Man, 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 man. Man, man. Also mir fehlt ein Stroh für eine Advanced Farm. Äh... Hier. Fake bad. Äh, was... Oh ja. Ich komme auch mal schnell zurück zum Feuer. Es wird nämlich dunkel. Mhm. Für was genau hast du jetzt gedacht? Machen wir die Kiste? Dazu noch einmal Scheiße und vier Steine, wenn jemand hat. Also vier Rocks. Netflint. Rock. Deinen Stein. Alle sind in der Kiste. Netfeuer Stein. Kiste. Was tun wir denn da alles rein? I should wait my turn. Warum hast du deinen Helm eigentlich nicht mehr auf? Weil er kaputt ist. Wo stimmt, da wollte ich mir einen neuen bauen. Ähm... Wie kann ich nochmal Stacks teilen? Äh... Steuerung. Beut dafür. Zweimal Gold und zweimal... Mist. Ich brauche wieder Stein. Komm. Spannung. Indurchsign. Uff. Bis zum nächsten Mal.